Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Massive. Na Schätzleins, was geht ab? Yo, wir sind hier auf dem Lewandowski Team, damit wollen wir jetzt aber nicht spielen. Wir wollen nochmal spielen, aber mit einem anderen Squad. Ich werde einfach nochmal 4-4-1-1 spielen. Ja, ich sehe das jetzt nicht als neuen Heilsbringer oder sowas, aber ich meine, es war eigentlich ganz nice. Vor allem stand ich defensiv ganz gut und deswegen wollen wir noch jetzt hier nochmal so ein kleines Teamchen bauen und ja, ich packe jetzt hier nochmal unsere Hochkaräter rein. Deswegen ist das hier auch kein Squad-Builder, sondern einfach nur schnell zusammengestellt. Ich denke mal, in diesem Team könnte sich so ein Groß im ZM sehr, sehr gut machen, weil er braucht ja eigentlich nicht so viel Pace und deswegen sollte das definitiv in Ordnung gehen. Ich denke mal, die Wings werde ich ganz normal mit Neymar und ich muss mal gucken, kriege ich das? Ich glaube nicht. Obwohl, ja doch, wenn ich Modric noch reinpacke. Doch, eigentlich könnten wir das wahrscheinlich so machen, dass wir vielleicht sogar noch Thiago Silva und David Luiz in die Abwehr bekommen. Wart mal ab. Wart mal ab, du. So, Neymar, den packen wir jetzt hier nochmal rein. Dann packen wir hier ein Geräte-Bail rein. So, ne, 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 cancel. So, Bail nochmal hier rein. Ja, hier soll Messi hin. Als Mittelstürmer. Okay, so, jetzt müssen wir mal kurz gucken auf den Posten. Ja, hier kann prinzipiell jeder hin. Also irgendwie Brasilianer oder sowas. Alba wäre aber eigentlich noch geiler. Der passt ja auch wunderbar hin, wegen Barca, ne? Ja. So, der Toni, der braucht auf jeden Fall noch einen Link. Spanische Liga. Ja, ich bin am überlegen. Machen wir da vielleicht sogar noch Busquets hin. Das wäre ein bisschen defensiver. Oder packe ich mir da echt einfach noch einen Modric hin und, äh, sag einfach Scheiß auf. Oder natürlich einen Rakitic. Ist eigentlich egal was. Das würde alles klar gehen. Äh, Rakitic geht hier natürlich auch klar. Hier kann der Serge hin. Das passt mir auch sehr gut, weil das auch ein Top-Verteidiger ist. Das Team gefällt mir sehr, sehr gut, weil es eigentlich ein Team ist ohne Schwachstelle. Genau. Äh, die freuen sich jetzt hier alle. Ganz logisch. Haben sogar alle 10 Chemie. Bis auf Neymar. Und Bale, die könnte ich noch umstellen. Und das Serge auch nicht. Äh, beziehungsweise ich mache jetzt einfach hier noch spanische Liga rein. Genau, dann ist nämlich nur noch das Serge. Sehr schön. Gut, das ist jetzt natürlich nichts, äh, Weltbewegendes hier oder so. Aber, ich sehe hier echt kaum eine Schwachstelle in dem Team. Ich bin mir nur noch bei der 1ZM-Position ein wenig unschlüssig. Ob ich da Modric stehen lassen soll. Oder ob ich da den lieben Herrn Rakitic instelle. Ich glaube, ich lasse erstmal bei Modric. Obwohl eigentlich... Ah, doch. Ich lasse erstmal bei Modric scheiß drauf. Und, äh, wir gucken einfach mal, wie sich das spielen lässt. Ich kann ja zur Sicherheit, wenn wir jetzt total in den Arsch gefickt werden, nochmal ein bisschen was Defensiveres auf die Bank packen. Keine Ahnung, nochmal so eine Maschine wie ein Melo. Und für Cantre Vague können wir noch irgendwen anders reinmachen. Und hier irgendwas hier so ein bisschen Defense-mäßiges. Guarin geht auch gut nach vorne. Wir haben so viel Scheiße. Wir haben so viel Scheiße, dass ich gar nicht weiß, was ich aufstellen soll. Äh, 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 äh. Komm, ich packe den Ramos noch rein. Ich, äh, würde den Ramos auch hier, äh, im ZM spielen lassen. Das soll jetzt nicht das Ding sein. Alles klar, machen wir ein Team-Training drauf. Geben wir noch mal Fitness. Dann gucken wir mal. So, das Ding entsteht. Dann würde ich sagen, suchen wir uns mal einen Gegner. Ob das was wird, sei mal dahingestellt. Aber, äh, ich muss sagen, im letzten Spiel hat es mir ganz gut gefallen. Ich fand im letzten Spiel den Gegner echt nicht so schlecht. Äh, es war zwar das Problem, was ich vorher schon angesprochen hatte, dass vielleicht nach vorne nicht ganz so viel geht. Ähm, allerdings, nach hinten stand ich wirklich relativ... Relativ solid. Ich muss mal ganz kurz überlegen. Äh, ich hatte eben dem Team Gündoan im ZM und Dembele. Das heißt, auch keinen richtig defensiven jetzt. Äh, von den beiden hat keiner irgendwie hoch nach hinten gehabt. Beziehungsweise die Workrates sind jetzt sogar gleich, wie von Dembele und Gündoan. Und ja, wir gucken einfach mal. So, wir spielen jetzt direkt eben, äh, gegen den letzten Costa-Inform, den letzten Rooney-Inform. Dazu noch Aguero, Hazard, Sanchez, Touré, Kompany, Koscielny, Walker, Philippe Lewis und Courtois. Ja, High-End-Premier-League-Team, würde ich mal sagen. Sieht ganz hübsch aus. Ähm, wir hatten hier, glaube ich, keine taktischen Anweisungen gemacht. Oh mein Gott, Alter. Äh, ich habe mir heute einen Sonnenbrand zugezogen. Und ich fühle mich jetzt gerade, als ob ich besoffen wäre, wenn ich jetzt hier gerade auf den, äh, Bildschirm achte. Oh mein Gott, das ist nicht gut. Äh, das ist ganz und gar nicht gut. Ja, hier kommt, äh, direkt, äh, ein Blinder-Lopp-Pass. Es ist ein Blinder-Lopp-Pass, ganz einfach, weil meine Abwehrreihe komplett steht. Und, äh, ich meine, natürlich kann es trotzdem noch zu Fails kommen, aber das ist einfach blind nach vorne geschlagen, das Ding. So, Thiago Silva. Costa lässt sich nicht vom Ball trennen. Kuhn ist im Abseits. Oh, ist das ekelhaft. Alter Vater. Äh, es dreht sich so ein bisschen. Ich fühle mich echt, als wäre ich besoffen jetzt gerade, wenn ich hier aufs Bild gucke. Ja, es hätte auch daneben gehen können. Groß, ja, nimmt hier nochmal Lionel mit. Äh, Ronaldo. Ah, da wollte ich den Ball durchlassen, er hat es aber nicht gemacht. So, ich weiß nicht, wen ich hier habe. So, egal. David, guter Mann. Guter Mann, der David. So, hier nochmal schön einen weiter. Nochmal einen weiter und jetzt ganz nach außen, genau auf dem Geräte-Bail. Der Paster jetzt erstmal eine Runde durch. So, der Berber-Spin nach innen, Geräte-Bail. Leider ist Touré mit nach hinten gelaufen, sonst hätten wir jetzt vielleicht finishen können. So, Kuhn. Legt sich ein bisschen das Bällchen vor. Und schnappert da auch noch vorbei. Und da hat der Tony das Bällchen natürlich. Die alte Maschine. So, Lionel Messi. Und jetzt können wir mal chippen. Ja, Cristiano. Da kommt leider der Walker, der Keil. Die alte Fotze dazwischen. So, Christo ist aber auf dem Nachhauseweg hier. Der ist sauer. Habt ihr den Jubel von Bäll gesehen? Hoch, der war gepisst. Angepisst. Der hat ja irgendwie ein paar Wochen keine Tore gemacht gehabt. Irgendwie, ich glaube, sieben Spiele oder sowas. Hat jetzt zweimal getroffen. Eigentlich nur einmal. Der zweite Schuss, ja, war von Ronaldo. Er hat noch irgendwie mit der Fußspitze berührt. Wäre normalerweise auch reingegangen. Aber, ja, jedenfalls, das hat auch für Bäll gezählt. Und ich glaube, nach seinem ersten Tor, das ist jetzt auch ein schwachsinniger Lockpass. Genauso schwachsinnig wie der vom Gegner übrigens. Das war, das, da können wir gleich nochmal drüber reden. Ich mache das erstmal mit Bäll fertig. Jedenfalls hat er seinen ersten Treffer gemacht, der Bäll. Und hat danach sich die Ohren zugehalten, so, in Richtung der Fans gelaufen. Kann ich auch verstehen jetzt, ganz ehrlich. Also, die Real-Fans, die übertreiben es ein bisschen sehr. Natürlich ist es eine Mannschaft mit sehr, sehr hohen Ansprüchen. Da müssen wir gar nicht drüber reden. Das ist ganz klar. Und da müssen, keine Ahnung, wenn die jetzt irgendwie... ...nur Scheiße spielen würden. Klar, dann dürfen Fans auch mal pfeifen. Aber das ist vielleicht ein bisschen sehr übertrieben. Ich meine, ich bin auch international Real-Fan, will ich es nennen. Weil es schon über sehr lange Jahre so geht. Aber das... Ich finde es nicht gut. Aber ich meine, das ist halt so. Real ist halt wirklich so eine Mannschaft, da musst du jedes Spiel gewinnen. Du darfst noch nicht mal gegen Barca... Na gut, gegen Barca, das ist natürlich dann nochmal was ganz Spezielles. Kann man auch verstehen. Klar. Ja, aber du darfst eigentlich kein Spiel verlieren. Du darfst nicht verlieren. Sonst bist du gefickt, will ich mal sagen. Von den Fans. Und ja, deswegen hat Bale diesen Jubel ausgepackt. Fand ich ganz witzig. Ob die Fans das so witzig fanden, keine Ahnung. Aber vielleicht denken manche dann auch mal ein bisschen drüber nach. Ich hoffe, solche Aktionen bringen dann halt wirklich ein paar Leute mal zum Nachdenken. Ich meine, das sind halt auch nur Menschen und die können nicht immer 5000% Leistung zeigen. Auch wenn sie natürlich aktuell in der Schwächephase sind. Aber ich meine... Oh mein Gott. So. Was war denn am Anfang der Saison? Wo sie alles in Grund und Boden gespielt haben. Nix verloren haben. Alles kaputt gemacht haben. Wo jeder schon gesagt hat, oh Real, die schippen die CL, die schippen alles. Die gehen ab wie sonst was. Unter Angelotti machen jedes Tor... Äh, jedes Tor... Jedes Spiel irgendwie fünf Tore und sowas. Äh, ja. Die Zeiten sind dann halt irgendwie zu schnell vergessen. Aber okay, wie gesagt. Das ist halt so. Bei so... Vor allem so einem Verein wie Real Madrid. Das kannst du natürlich nicht mit Dortmund vergleichen. Das kannst du nicht mit Schalke vergleichen oder sonst was. Äh, da halten die Fans ein bisschen länger zu einem. Will ich mal sagen. Bis es dann in Hate-Stürme ausartet. Ich meine, wie gesagt. Das ist ja... Nix Schlimmes. Wenn Fans... Ja, sich negativ auch mal zum Team äußern. Aber man soll das halt vielleicht nicht übertreiben. So. Jetzt aber nochmal zu einem anderen Punkt. Das hat nämlich im letzten Video wer gesagt zu mir. Ich glaube, das war das Arsenal-Gameplay. Sogar ziemlich sicher. Äh, merkt ihr das? Ich kann labern. Äh, bin nach vorne zwar 0,0 irgendwie gefährlich oder sowas. Aber ich stehe hinten echt mit der Formation ganz gut, muss ich sagen. Ohne mich jetzt loben zu wollen. Aber das war, glaube ich, die letzten Spiele. Ein ziemliches Problem meinerseits. Dass ich einfach so offen hinten stand. Und, äh, irgendwie jedes Tor... Äh, jedes Tor... Jedes Spiel fünf Gegentore bekommen habe. Naja. Äh, wo ich jetzt aber nochmal drauf hinaus wollte... War das Ding mit in dem Arsenal-Gameplay. Da habe ich drüber geredet über sinnlose Skill-Moves. Also zum Beispiel Roulette im freien Raum, wo du dir irgendwie keinen Raumgewinn erarbeitest oder sonst irgendwas. Die halt einfach nur da sind, um da zu sein. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Und, äh, genau in dem Moment, wo ich darüber geredet habe, habe ich das Gleiche gemacht. Habe auch ein Roulette im leeren Raum gemacht. Also schwachsinnig. Weil, was heißt schwachsinnig? Einige finden das halt toll. Die können das ja auch gerne machen. Aber es bringt sich... Es bringt FIFA-technisch. Technisch nichts. Das will ich damit sagen. Ähm, und ja. Jedenfalls habe ich das gemacht. Es ist mir gar nicht aufgefallen im Video. Deswegen hatte ich es auch im Video nicht angesprochen. Auf jeden Fall hatte das aber dann wer in die Kommentare geschrieben. Du sprichst dann und da in der und der Minute über schwachsinniges Skill-Moves und machst selber ein Roulette im leeren Raum. Worauf ich jetzt überhaupt hinaus möchte, sind, weil mir das jetzt in diesem Video mit einer anderen Situation passiert ist. Äh, ich will darauf hinaus, dass ich manchmal Dinge anprangere, die nicht gut sind. Was aber nicht heißt, dass ich sie selber niemals machen würde. Das ist das gleiche wie mit den sinnlosen Skill-Moves. Auch ich mache die natürlich. Dass das scheiße ist, äh... Also ich finde, ist nicht gut. Ähm, ist ganz klar. Aber, äh, es ist halt so. Ich spiele ja nicht perfekt. Das würde ja heißen, dass es hier ein Spiel gewesen, ey, 0-0. Ich weiß nicht, wann es das letzte Mal 0-0 Schüsse gab bei mir. Auf jeden Fall, in diesem Spiel ist es nicht mit dem Skill-Move passiert, sondern mit dem Lobpass. Ganz am Anfang vom Spiel habe ich darüber geredet, oh, hier, total schwachsinniger Lobpass und sowas. Und spiele dann selber zehn Minuten später genauso einen schwachsinnigen Lobpass. Äh, worauf ich halt jetzt, wie gesagt, hinaus möchte, ist einfach nur der Punkt. Nur weil ich sage, dass etwas meiner Meinung nach nicht gut ist, heißt das nicht, dass ich es selber nicht auch mal mache. Weil, wie gesagt, ich spiele kein perfektes FIFA. Dann würde ich jedes Spiel wahrscheinlich 5-0 gewinnen und alles wäre tutti, weil ich perfekt verteidigen würde, perfekt angreifen würde, würde jede Chance nutzen und alles wäre tutti. Man kann einfach nicht fehlerfrei spielen. Und ja, das mit diesen Skill-Moves, gut. Das passiert mir relativ selten, will ich mal sagen. Aber auch nur relativ selten, da muss ich ganz ehrlich sein. Weil ich auch relativ selten effektiv skille. Und wenn du relativ selten effektiv skillst, ist es natürlich logisch, dass du auch relativ wenig, ja, nicht effektive Skills machst. Und ja, da wollte ich nur noch mal ganz kurz drauf hinaus. Weil, ja, ich fand das ganz interessant, dass er das geschrieben hatte und da hat er natürlich vollkommen recht. Ich habe mir die Situation auch noch mal angeguckt. Ich spreche echt genau in dem Moment von sinnlosen Skill-Moves und mache dann ein Roulette komplett im freien Raum. Ich meine, ich habe zwar nicht den Ball verloren oder sowas, weil es war komplett freier Raum. Da war überhaupt kein Gegner oder so in der Nähe. Aber es war schwachsinnig, ganz klar. Ich hätte auch einfach weiterrennen können, wäre so schneller Richtung gegnerisches Zor gekommen. Und ja, deswegen wollte ich das noch mal ganz kurz ansprechen. So, das war jetzt, glaube ich, ein sinnvoller Skill-Moves. Der vielleicht eher nicht, aber ich meine, da kann man sich, glaube ich, drüber streiten, ob der so sinnlos war, der letzte Roulette. Ich meine, der war ja dann auch prinzipiell im freien Raum. Aber, wenn er mich mit seinem Spieler angreift in dieser Situation, dann bin ich mit dem Roulette wahrscheinlich an ihm vorbei. Und deswegen finde ich den letzten Roulette gar nicht so sinnlos. Weil er seinen Touré räumt da hinten richtig krass auf. Muss ich einfach mal zugeben. Das ist richtig extrem. Wie der bei ihm... Oh, fuck. Ronaldo legt sich den Ball zu weit vor. Da kommt schon wieder sein Touré. Also sein Touré ist unglaublich, muss ich einfach... Oh, da hinten können wir ihn chippen. Wo läufst du hin, Alter? Ich denke mal, er wollte sich an der Abseitskante aufhalten. Und deswegen... Ach, scheiße. Geräte Bale, guter Mann. Ja! Ja! Ach, das ist halt Ronaldo. Das Abschluss hier von ihm. Ich sage extra, das Abschluss. Mit dem rechten Ausriss. Richtig nice. Sehr, sehr schön gemacht hier. Das Spiel hier ist echt... Ich finde, er spielt mit seinem Jaya Touré so unglaublich stark. Und ich bin mir eigentlich zu... Keine Ahnung. 99 Prozent... Oh! Ne, Mann, wieso nimmst du den Ball nicht mit? Und ich bin mir eigentlich zu 99 Prozent sicher, dass er Touré die Anweisung gegeben hat, dass er hinten zu bleiben hat. Ziemlich, 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 ziemlich sicher. Weil der geht überhaupt nicht nach vorne. Der steht echt richtig wie ein Abräumer, das zu machen hat, will ich mal sagen. Vor seiner Viererkette. Und das soll jetzt übrigens auch nichts Negatives sein. Das ist genau richtig. Weil ich habe auch schon ein paar Mal gehört von wirklich guten FIFA-Spielern. Das kommt jetzt nicht von mir. Hier, dass man in der 4-1-2-1-2 seinem ZDM sagen sollte, er soll hinten bleiben. Das liegt ganz einfach daran, du hast ja im 4-1-2-1-2 einfach nur einen ZDM. Du hast nur einen, der zentral abräumt. Ansonsten ist eigentlich alles offensiv, beziehungsweise über die Wings. Und das heißt, du verteidigst einfach, wenn du das nicht machst, zu oft einfach nur mit deiner Viererkette. So, jetzt versuchen wir hier nochmal die Flanke auf Ronaldo zu bringen. Wenn der ja mal gekommen wäre. Ich meine, Ronaldo macht sogar einen Kopfball, wenn der nicht angewählt ist. Das ist halt einfach Ronaldo. Ein krasser Kerl. So, jetzt müssen wir mal gucken, was wir hier machen. Oh. Alter, das war mal richtig gefährlich. Aber ich meine, es ging ja gut. Oh. Ich meine, wenn das Ding durchgegangen wäre, wäre es natürlich nice gewesen. Aber der sollte natürlich auf Neymar kommen. Schön. Also David Lewis ist so unglaublich stark. Der hat sich wirklich von Tag zu Tag zu einem meiner Lieblingsverteidiger gemausert, will ich mal sagen. Richtig unglaublich, was dieser Kerl spielt. Der räumt halt so viel ab. Wenn der Kerl in den Zweikampf geht, dann hat er das Bällchen. David Lewis, ganz klar die letzten FIFA-Teile. Mochte ich David Lewis auch schon. Aber Thiago Silva war immer ganz klar vor David Lewis. Wenn du mich da gefragt hast, habe ich gesagt, jo, beide super. Aber Thiago Silva ganz klar nochmal eine andere Nummer. Das ist dieses Jahr bei mir anders. Ich finde, Thiago Silva ist immer noch ein starker Verteidiger. Ganz klar. Ein sehr starker. Aber David Lewis ist dieses Jahr meiner Meinung nach vor ihm. Ich weiß nicht. Ich kann gar nicht genau sagen, warum. Aber David Lewis gewinnt jeden fucking Zweikampf. Jeden. Der ist unglaublich, der Kerl. Der ist auch schon wieder hier. Da grinst du dich. Oh mein Gott. Ja, ich weiß, dass dieser Fehlpass von David Lewis kam. Aber, ja. Ich meine, das wäre wahrscheinlich jedem anderen da hinten passiert. Ist ja auch egal. Wie gesagt, Verteidiger gibt es allgemein, finde ich, in diesem FIFA-Teil ziemlich viele Geile. Ob das jetzt ein... Ja, genau. Endlich geht der Ball mal dahin, wo er hin sollte. Ja. Ja. Oh, Bale. Alter, wenn ich da noch zum Abschluss gekommen wäre. Dann hat er sich richtig schön gepumpt hier. So, der Wayne. Oh, da müssen wir über die Außen. Ja, ja. David Lewis stellt aber schon wieder hier. Oh, oh. Ja, wir müssen hier aufpassen. Oh, David fucking Lewis. Also, wie gesagt, wenn der sein Bein ausfährt, dann hat der den Ball. Das ist so unglaublich bei dem Kerl. Ah, scheiße. Das war meiner Meinung nach eigentlich ganz gut, dieser Stop-and-Go-Move da. Man hat gesehen, dass er seinen Innenverteidiger angewählt hatte. Und, äh, ja. Wenn es nicht Company gewesen wäre, sind wir da vielleicht durch. Oh, oh. Ja. Ah, scheiße. Er hat natürlich eine starke Verteidigung, keine Frage. So, Serge. Guter Mann. Auch, äh, Serge, der kommt halt so über seinen Körper, ganz klar. Äh, der ist auch ein sehr geiler Außenverteidiger. So, jetzt müssen wir hier gucken. Diego Costa. Sehr stark. Ich muss echt sagen, diese Formation, die ist so unglaublich kompakt. Du hast halt, äh, so viele Spieler zum Draufziehen. Und, ja, ihr dürft mir jetzt gerne vorwerfen, was ich gesagt hatte, dass diese Formation nämlich dieses Jahr nichts für mich ist. Äh, ich hatte die ja auch ein paar Mal getestet, weil sie im letzten Jahr, wehe, durchgehend meine Lieblingsspiel zu Ende. Alter, was ist denn ein Spiel hier gewesen? Richtige Mauerschlacht. Der Gegner unglaublich stark verteidigt. Muss ich einfach zugeben. Äh, sein Offensivspiel, sein Offensivspiel vielleicht ein bisschen sehr einfallslos, weil meistens, äh, waren es Lobpässe, die ich ganz gut abfangen konnte oder Rennen. Unseres, das wollen wir jetzt natürlich auch ansprechen, war natürlich jetzt auch nicht klasse. Ja, David Lewis war für mich auch Spieler des Tages, weil der hat so viele, äh, wichtige Zweikämpfe dahinten gewonnen, wo nur noch er und Thiago Silva da standen. Und, äh, ja, deswegen passt das definitiv. Ja, guckt euch das an hier. Sechs von sechs gewonnene Tackles. Der ist unglaublich, der Kerl. Muss ich einfach sagen. Ich fand den Gegner echt stark. Guckt euch diese Statistik an. Das war echt hier, ja, das hätte auch 1-0 für den Gegner ausgehen können. Ich finde schon, ja, ich weiß nicht, ja, ich kann es aber nicht ganz begründen. Deswegen sage ich den Satz vielleicht lieber nicht. Ich wollte jetzt gerade sagen, ich finde schon, dass es vielleicht, ein Tick verdient ist. Aber ich hätte definitiv in dem Spiel nicht geheult, hätte der Gegner gewonnen. Ich hätte jetzt vielleicht, hätte er in der 90. das 1-1 gemacht, dann hätte ich geheult. Weil das wäre halt dann irgendwie wieder so, weißt du, du verteidigst das ganze Spiel, kriegst, äh, lässt zu, dass er zu keiner Chance kommt. Also lässt gerade keine Chancen zu. Und dann macht er halt in der letzten, äh, Sekunde vorm Abpfiff macht der Gegner dann das 1-1. Das kennt ja jeder von euch. Dann hätte ich mich wahrscheinlich aufgeregt. Aber sagen wir mal, er hätte in der 60. Das 1-1 gemacht. Das wäre 1-1 ausgegangen. Hätte ich auch nichts gesagt. Weil, ich fand, der Gegner hat unglaublich stark verteidigt. Allerdings müssen wir uns jetzt vielleicht auch mal selber loben. Ich meine, wir haben 0 Schüsse aufs Tor zugelassen und einen Schuss im ganzen Spiel. Da bin ich wirklich zufrieden mit. Ja, also ich muss sagen, bis auf die Offensive, das ist halt irgendwie, ich weiß nicht. Jetzt, sorry Schalke-Fans, dass ich das jetzt vergleiche, aber das erinnert mich irgendwie so ein bisschen an, äh, die Matteo-Fußball. Hinten sicherstehen wie sonst was und dann vorne hier immer mal Lucky Punch raushauen. Das ist eigentlich nicht so ganz mein Fußball, bin ich ganz ehrlich. Auch FIFA-mäßig gesehen nicht. Aktuell tut es mir aber so ein bisschen gut. Weil, nicht jetzt wegen Siegen oder sowas. Darum geht es jetzt gar nicht unbedingt. Das tut natürlich auch noch sein, äh, Übriges. Mir geht es vor allem darum, dass ich, äh, wenig Gegentore fange. Das gefällt mir sehr, sehr gut, dass ich wenig Gegentore fange. Und, äh, fällt mir gerade auf, äh, eben noch so eine Lobeshymne. Auf David Lewis losgelassen und jetzt hier David Lewis in Form gezogen. Wenn das mal nicht zusammenhängt hier. Äh, wo war ich denn gerade? Achso, äh, mir geht es gar nicht unbedingt um die Ergebnisse. Natürlich sind die auch wichtig. Und hätte ich die, äh, Spiele jetzt mit 4-4, 4-4, 1-1, beide 3-0 verloren, hätte ich wahrscheinlich auch, äh, ja, würden wir gar nicht jetzt darüber sprechen. Also, natürlich waren die Siege auch wichtig. Aber, das Wichtigste ist mir eher, ich fange kaum Gegentore. Ich weiß gar nicht, jetzt habe ich wahrscheinlich im letzten Spiel mit der 4-4, 1-1, 3 Gegentore bekommen oder so. Ich bin mir nicht mehr sicher. Wie viele Gegentore habe ich im letzten Spiel bekommen? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass wir gewonnen haben. Haben wir nicht sogar 1-0 auch gewonnen? Das interessiert mich jetzt wirklich mal. Deswegen gucke ich jetzt nochmal schnell auf YouTube. Äh, wartet mal ganz kurz. Video Manager. So, das war das Spiel hier. Ich gehe mal drauf, mache mal laut los, damit ihr euch das nicht anhören müsst. Ja, ich glaube, ich habe das auch 1-0 gewonnen. Warte mal. Ich gehe mal ans Ende vom Video. Und? Ja, ich habe es auch 1-0 gewonnen. Äh, ja gut. Gegen den letzten Gegner hatte ich ein paar Chancen mehr zugelassen. Aber, äh, ja, jetzt hier gegen den. Also ich muss einfach sagen, die Verteidigung natürlich auch zwischen, äh, Thiago Silva und David Luiz ist abnormal stark. Da müssen wir gar nicht drüber reden. Sehr, sehr starke Verteidigung. Und, äh, ja. Das gefällt mir halt vor allem, dass wir hinten sicher stehen. Und das tun wir aktuell noch. Also bis jetzt mit der Formation noch kein Gegentor. Aber halt auch erst zwei Tore geschossen. Das ist jetzt auch nicht so der Hammer. Wir werden das nochmal so ein bisschen weiter, äh, angehen mit der Forma. Vor allem ist sie, glaube ich, ganz gut, um meinen Spielstil mal wieder ein bisschen auf die rechte Bar, in die richtige Richtung zu rücken. Das heißt, mal aufhören, wieder so viel zu rennen. Was ist ein Hunter eigentlich? In was für einer Price Range ist es eigentlich? 150.000 bis 10.000. Okay. 150.000 bis 10.000. Cantreva. So, das nehmen wir uns nochmal weg, äh, mit. So, jetzt zieh ich noch ein Päckchen, dann würde ich sagen, sind wir durch. So, das nehmen wir mit. Wäre eigentlich die Butze gemacht? Ich weiß gar nicht mehr. Doch, Ronaldo, klar. Ja, Ronaldo ist schon ein wichtiger Kerl, müssen wir gar nicht drüber reden. Aber, wie gesagt, ich fand den Gegner echt stark. Ich meine, das hatten wir auch am Ende gesehen. Also, es ist sehr selten, dass ein FIFA-Spiel, oh, das sieht eigentlich ganz hübsch aus, von Tottenham. Äh, es geht sehr, Arsenal-Spiel habe ich schon gemacht, ja. Ähm, ein Spiel geht sehr, sehr selten mit so wenigen Schüssen aus. Ich meine, es gab im ganzen Spiel einen Torschuss. Das war der von uns. Im ganzen Spiel, 90 Minuten lang, siehst du sehr, sehr selten diese Spiele. Und deswegen, äh, definitiv auch Lob an Gegner. Hat er sehr stark gemacht. Vor allem mit seinem Touré. Sein Touré, der hat mir so viele Angriffe versaut, weil er mir immer mit dem dicken schwarzen Mann ins Kreuz gerannt ist. Das war unglaublich. Hat er sehr, sehr stark gemacht. Und, äh, ja, deswegen hätte ich mich, wie gesagt, auch nicht über den Unentschieden beschwert. Wahrscheinlich hätte ich mich auch, ob man es jetzt glaubt oder nicht, äh, hätte er das 1-0 gemacht. Und wir wären einfach nicht durchgekommen. Und die Statistik wäre am Ende genau so gewesen, beziehungsweise das Spiel wäre so weitergelaufen. Hätte ich mich wahrscheinlich auch nicht drüber, äh, beschwert. Weil, wie gesagt, er hat das einfach saustark verteidigt. Und ich bin froh, einmal mit Ronaldo durchgekommen zu sein. Und der hat das Ding dann, Gott sei Dank, sehr, sehr eiskalt verwandelt. Ich ziehe jetzt nochmal zwei Packs. Nein, ein Pack noch. So, das reicht jetzt aber wirklich. Ich wollte schon längst, äh, Schluss machen hier. Jo, ich würde mal sagen, schön, dass ihr zugeschaut habt. Wer jetzt euch gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt was in die Kommentare und kommt mal im Forum vorbei. Link ist in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Massive. Macht's gut. Ciao. Ciao.